nus nutz 1 2 3 4 da hast du schon ansprechpartner mein parlor ist stufe ich glaube 76 oder 78 und müsste eigentlich ehrlich sein nach meiner philosophie das ist der gleiche der man bei ich habe gedacht das war der gleiche da hätte ich schon schon psychisch unterdrug gesetzt mental unterdrug gesetzt es ist wieder gott like der zwillig strach er kann wieder bestimmt viel weg nuken der panda reich gerade mal für den spurt der reich gerade mal für den spurt ich ziehe noch eine karte kommt ich warte noch ein bisschen er legt jetzt bestimmt viel kleinen krams ich hoffe einfach dass er noch klein krams legt vielleicht noch ein panda genau er legt lieber was liegt was kleines das die loke ist nix kleines aber ist okay jetzt habe ich 36 ich glaube das sind wirklich zehn karten und dann kriegst du hier noch noch ein sport also das habe ich ein zwillig strachen maximal ausgeschöpft es geht auch da und außer erhalten wieder kaum kein stille die ist gefährlich die ist fucking gefährlich aber das problem kann ich lösen jetzt hat er vier hit points der das dingo und nein macht drei schaden und ich habe keinen spell damage buff aber er kann mich nicht nicht töten board control for the win drei schaden drei schaden plus dann nehmen wir das dingo da ist das gottesschild weg ne das glaube ich jetzt auch die beste option gewesen jhk auf jeden fall das ist die opeste klüfe wenn ich einen echten richtigen 90er parla hätte er das inventar voll mit ruhestein die allen anderen guter und hätten natürlich ach die parla witze wir werden nie enden manipulieren mich bro yo meine halten länger durch meine halten länger durch sport hält durch drache hält durch genau dreistellige crit rekorde wachs mal stifte wer kennt es nicht oh mein gott sechs lebenspunkte kriegen wir auch noch hin jetzt muss ich noch mal gucken wie es optimal wäre den den muss ich jetzt mal ausspielen das wäre verschwenden oh freut mich wenn dir der guide was gebracht hat da geht es übrigens am morgen am sonntag weiter mit dem furor guide oh der ist op blutwichtel op jetzt müssen wir jetzt überlegen wir mal wie wir das am optimalsten hinkriegen auf jeden fall den mischtel der muss raus der hier muss raus so jetzt ist der op ok ich muss gar nicht mehr überlegen so geht es so spielt man hafstow dem hexer denn geht es nicht mehrAg nicht mehr Vielen Dank.